Yo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Pikus AP und wir spielen, ich würde gerade sagen Scrap Mechanic, wir spielen Waller Coaster Ride natürlich. Und meine Freundin sitzt jetzt neben mir. Hallo. Hallo. Kannst ruhig lauter reden, sonst hören sie dich nicht. Hallo. Nochmal, komm. Jetzt, nein. Okay, jedenfalls, heute die Folge natürlich sehr viel später, muss man wirklich sagen, es ist jetzt kurz vor 10, wo wir aufnehmen. Aber sein Vater hat Geburtstag. Genau, mein Vater hat heute Geburtstag, deswegen heute die Folge ein bisschen später noch Feierlichkeiten gehabt und dergleichen. Dann haben wir im Garten noch ein bisschen so eine Art, kann man sagen Skateboardbahn aufgebaut? Ne. Es sind halt einfach Holzplatten gewesen und wir haben so einen kleinen Hügel im Berg und dann haben wir die runtergelegt. Einfach so aufeinandergelegt. Mit deinem Bruder. Genau, mit meinem Bruder zusammen und dann sind wir dann mit dem Skateboard runtergefahren. Ja. So, ich wollte diesmal bauen. Und zwar bin ich jetzt wieder dran, deswegen, man merkt, dass wir ein bisschen schneller hier unterwegs sind. Bäm, 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 bäm. Oha. Oha. Also Leute, ich bin gleich weg, ich spiele hier nicht mehr mit mir. So, wir wollen natürlich einen Curved-Weg bauen. Oha, hast du das jetzt ernst gemeint? Nein. Nein. Wie, nein? Nein. Nein. Sag mal ehrlich. Nein. Oha. Oha. Boah, das wäre cool, ne? Aber das geht leider nicht. Das wäre saugeil. Ja, wir wollen es leider so machen. Okay. Sag mal, das ist das ernst gemeint. Nein. Nein. Nee, es ist im Ernst. Ja. Nein. Ich glaube, das ist im Ernst. Nein, du sagst immer, nein. Ich bin dafür ja meist nicht ernst. Aham. So. Mann, das ist ja hässlich. Ja, ich weiß. Deswegen muss ich gerade noch mal ein bisschen was wegmachen. Was wegmachen. So, meine lieben Freunde der Natur. Ist irgendwie cool, wenn ich das sage, oder? Nee, das ist nicht cool. Nein. Nicht? Nein. Ja, okay. Du bist gerade so redenslos. Ja, es fällt mir ein bisschen schwer, um sich zu reden. Der konzentriert sich. Also, ich will ja nur sagen, ne? Wenn ich da baue, dann kann ich trotzdem reden. Weck, 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 weck. So. So. Das wird vielleicht nicht perfekt, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Das ist schlecht. Das ist nicht schlecht. Nee, jetzt mal ernsthaft. Das ist eigentlich cool geworden, der Weg. Ja, jetzt fangen wir mal an zu bauen. Ja, wir wollen die Achterbahn bauen. Und du musst erst die Bäume wegmachen. Ring, dicke, ding, dicke, ding. So, wo bauen wir die denn hin? Wir können hier natürlich auch hier hinten an diesem Berg hin bauen. Achterbahn, Holzachterbahn, Hypercoaster oder Drehachterbahn, was nehmen wir denn? Ich renne für einen Hypercoaster. Aber wofür bist du? Ich bin auch dafür. Du nehmen Hypercoaster. Boah, ich würde Apollo nehmen. Apollo 3er 10 und so. Nee, wir bauen natürlich selber ein. Zum Themengebiet? Nee, ne? Zu keinem Themengebiet, oder? Ja. In welche Richtung startet der denn? Ich glaube, in... Nee, ich glaube, so können wir das bauen. So rum, dann können wir den Weg einmal unten drum platzieren. Du weißt, dass da bei dem Blauen der Eingang ist, ne? Boah, perfekt. Gut, weil dann können wir das einmal rum platzieren. Und dann können wir hier erstmal den Weg nach oben bauen. So. Denk dran, was ich dir gesagt habe mit dem schneller machen. Ja, ich guck gar nicht. Ich guck gar nicht, wie hoch wir das überhaupt bauen wollen. Du darfst einfach nicht zu schnell das Mausrad drehen. So? Sondern in einem Zug. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch, oder? Ich weiß ja nicht. Ach, gibt's überhaupt zu hoch bei einer Achterbahn? Hast du eigentlich die Dings rein gemacht? Die Ketten? Ich kann mal nachträglich machen. So. Die scheißen rein, die Stäbe da. Vielleicht ein bisschen steil, ein bisschen hoch, aber das passt schon. Diese Achterbahn heutzutage. Kann man das irgendwie unter... Ich meine, die Angabe in Minuten bringt mir relativ wenig. Ich hätte eher lieber eine Angabe in... ...in Metern. So, und dann wollen wir die natürlich kippen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo das geht. Da. 20 machen wir mal. Und dann hier wieder weiter runter. Und dann noch auf... 30 runter. Und dann ist es natürlich Quatsch, dass wir hier noch die Beule drin haben. Deswegen müssen wir nochmal... die hier... rausmachen. Jetzt haben wir hier schon mal so eine kleine Kurve gebaut. So, und jetzt müssen wir hier... 90 ist doch das Normale. So, hier runter. So, erstmal wieder auf die gleiche Höhe. Und dann auf normale... 0 Grad zurückdrehen. So müsste es ja jetzt eigentlich passen. So, jetzt sind wir gerade noch ein bisschen gerader. Der Punkt ist mir noch ein bisschen zu weit. So, vielleicht. So. Und jetzt... geht's bergab. Das, worauf alle warten hier. Der erste richtige Drop. Und der erste richtige Drop ist gleich gelutscht. Da geht's jetzt hier nach unten. Holler die Waldfäde. So. Ja, das reicht, würde ich sagen. Ne, wenn schon, denn schon. So. 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 Ja, das passt. Ja. Ja, das passt. Warum? Damit es besser passt. So. Ich muss aufpassen, dass sie nicht zu viele Krümmungen macht. Aber es sieht bisher sehr gut aus eigentlich. Ich würde sagen. Ja, 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 ja. Das ist ja richtig anstrengend hier. So sieht's bisher aus. Wir müssen... Ich würde dir vorschlagen, wir lassen die hier so ein bisschen zusammenlaufen. Wir sind bei Hügeln. Und dann machen wir hier so eine kleine, so einen Kreis so einmal rum, wo man so fast über Kopf ist, also richtig weit rumgedreht ist. Und dann geht es zurück bis zum Startpunkt wieder. Aber hier wird es nicht sonderlich spektakulär, sondern halt wie so eine typische Freizeitpark-Achterbahn. Deswegen bleiben wir jetzt ein bisschen höher. So. Und jetzt wollen wir die ein bisschen drehen. So ungefähr würde ich sagen. So, jetzt muss es erstmal wieder gerade gemacht werden und dann wieder in die andere Richtung. So. Und dann macht es da so natürlich eine Biegung und geht dann wieder auf Null zu. Und bei der Null geht es nach oben. Wieder ein Stift. Ist ja eigentlich schon jemand, was kommentiert wegen einem Namen. Nicht, oder? Ich glaube nicht. Kannst du ja nochmal ansagen. Nö, das kann ich nicht. So ungefähr. Es gibt es da viel zu sagen. Sie können einfach in die Kommentare schreiben, wie ich heiße und so. Aber du bist gerade mega leise da. Du musst ein bisschen lauter reden. Nö, bin ich nicht. Nö, ich bin nicht leise. So, diese Biegungen hier, ähm, dazwischen können wir natürlich noch alle wieder rausmachen. Ist ja jetzt kein Thema. Außerdem, ne? Außerdem müssen wir hier wieder eine Degensreihe machen. Fällt mir gerade auf. Bin ich eine Frau. Und ich bin kein Mann, der keine Ahnung, wie laut redet. Ja, aber trotzdem müssen nicht die Leute hören können. Ach, das müssen sie nicht. Ist nicht so wichtig. Warum gehst du jetzt noch da hinten? Glaubt mir, das wird schon noch. Das sieht jetzt gerade ein bisschen seltsam aus, aber das muss so. Muss so, ey. Habt ihr gehört, das muss so. So. Schau dir mal den Schatten in der Wiese an. Ja. Oha. Die tun mir jetzt schon leid. Du musst aber jetzt schon nach unten gehen, ne? Mhm. So muss ich das ungefähr machen. Es wird natürlich danach noch alles so ein bisschen gezogen. Ist ja ganz normal. Gezogen? Mhm. Ach, es wird gezogen. Ja, hier die ganzen restlichen Teile und sowas. Das ist alles perfekt so zusammen harmoniert, wie man das gerne hätte. Was machst du denn da jetzt? Ich mach'n Bogen. Ich dachte, das soll jetzt gerade da zum Eingang gehen. Ja, aber davor macht's nochmal hier so ne Kurve. Ups, das war falsch. So, und jetzt muss ich jetzt wieder zurück auf 0 Grad. Und jetzt muss es halt wieder ein bisschen in den Knick gehen. Wir sind übrigens schon bei 15 Minuten. Ja, das macht nichts. Eine gute Achterbahn, wie richtig gebaut werden. Und wir sind jetzt eh schon ein bisschen später gewesen. Da kann man das ja auch ein bisschen... Ja, aber dafür können wir auch nichts. Dein Vater hat Geburtstag. Der Eingang ist vorher auch ein bisschen höher. So, ich mach'n grad noch ein bisschen hier so ne Steilkurve rein. Weil man ja da dann doch noch relativ schnell ist. So, und jetzt... Jetzt müssen wir das alles natürlich noch ein bisschen anpassen. Zum Beispiel hier. Da können wir jetzt sagen, wir müssen den Punkt ein bisschen höher machen. Dementsprechend den hier auch höher. Und dann haben wir ja dann noch diese Welle drin. Und die wollen wir ja nicht. Dementsprechend müssen wir das hier alles anpassen. So. Dann können wir erstmal ein bisschen höher machen. Vielleicht ein niedriger. Und da haben wir eine ganz schöne Kurve drin. Das ist zum Beispiel... So was muss man halt dann... Nachträglich so ein bisschen rausnehmen. So. Jetzt haben wir hier so ne ganz schöne Bahn eigentlich. Ich würde fast hier den Punkt schon mal so ein bisschen drehen. So. Damit man hier in die Schräge schon mal reinkommt. So ein bisschen drehen. Und dann kann man das hier so ganz gut eigentlich packen. So. Dann sind wir hier bei diesen Stellen. Und da habe ich ja gesagt, das verändert sich natürlich noch. Weil dort... werden wir natürlich das überall jetzt so anpassen. Hier habe ich vor, das noch so ein bisschen nach hinten rauszuziehen. Aber am liebsten ohne, dass das da hinten... Wie kann ich das machen? Was dann? Dass es da einen schöneren Bogen macht. Müsste ich eben jetzt hier so dementsprechend größer machen. Okay, wir probieren es einfach mal so. Ist doch schon schön. So, gut. Und der muss jetzt aber noch dementsprechend angepasst werden. So. Wir wollen da mal. So. Und dort müssen wir natürlich den dementsprechend so ein bisschen schon... Du bist übrigens auch immer leiser. Ja, ich konzentriere mich gerade ein bisschen deswegen. Aber bei mir beschweren. So. Man sieht aber hier... mit dem Entfernen... Willst du das so eckig? Weil irgendwie ist es jetzt nur noch eckig. Gerade habe ich das so besser hinbekommen. Aber so sieht es noch komischer aus. Okay, ich muss hier den wieder reinmachen. Lass doch einfach so, wie du es jetzt machst. Fertig. Ja, aber ich muss... Hier die Steilkurve noch ein bisschen stärker. Das wollten wir ja. So. Ähm... Hier vorne. Da haben wir wieder das, was ich vorher schon gesagt hatte. Diese Stellen hier. Vielleicht werde ich das ein bisschen runter machen. Und das hier dementsprechend auch ein bisschen runter machen. Nee, jetzt ist es hässlich. Mach sie vorher. So. Passt. Nächstes. Willst du immer so schnell durchdiesen, ne? Also, ich glaube, die sind hier eigentlich ganz gut verbunden. Das passt auch. Und das muss jetzt eigentlich soweit alles perfekt sein. Mhm. Dann müssen wir natürlich hier hinten noch irgendwie ein paar Bremsen einbauen. Da kommen jetzt die Mechanismen. So. Da bremsen wir den Zug ein bisschen ab. So, vielleicht. Mal einfach meine Testfart mal gucken. Ach so, wir müssen ja den... Genau, wir müssen noch den Ketten zugreifen. Mal, hab's euch voll vergessen. Oh, gescheitert, welch wundere. So. Ähm, arbeiten. Und dann müssen wir natürlich hier dran. Und dann müssen wir den Kettenzug. So. Test. Test. Da bin ich ja jetzt gespannt. Wir machen den natürlich noch ein bisschen länger, aber erst mal gucken wir, ob das an sich überhaupt geht. Was länger? Den Zug. Ach so. Ich weiß nicht, ob das so an sich finde ich sonst die Bahn eigentlich schon ganz schön. So. Wollen wir mal gucken. Gerade so rumgekommen. Mhm. Der ist noch zu schnell, wenn wir reinfahren. Aber hat bestanden. Ja, aber ich würde halt so... noch Bremsen vorne reinmachen. Ja, ich würde fast sagen, hier diese Ecke ist ein bisschen... sehr stark, oder? Nein. Nein. Nein, lass das. Nein, es ist okay. Ja, aber das ist ja so ein bisschen komisch. Oh Gott. Egal. So, jetzt wollen wir den noch länger machen. Mal gucken, was haben wir denn alles? Okay. Der ist geil. Oh, den sehe ich. Fuck. Kann man da verschiedene Formen machen? Ja. Verschiedene Designs auch. So. Dann kann man ja im Prinzip abwechseln, so rot, blau, rot, blau. Könnte man, aber guck mal, das ist doch geil. Mhm. So. Dann testen wir den jetzt nochmal. Wir testen. Und dann können wir auch mal mitfahren. In der Hoffnung, dass es das Spiel nicht abschmiert. Mhm. Ich weiß nicht, das kann da einfach mal passieren zwischendurch, weil das ja ein bisschen, bei der Achterbahn ist ja ein bisschen schneller und so. Ich weiß nicht, was richtig blöd wäre, wenn es jetzt so abschmiert und dann so nicht gespeichert und so. Ja. Das ruckelt vor. Ja, das ruckelt wirklich ein bisschen. Nee, das war jetzt im Gemüse raus. Den zweiten Hügel können wir noch mehr machen. Nee, muss nicht sein. Der ist aber, der kommt ganz schön schnell an. Sag ich doch. Vielleicht sollten wir wirklich noch hier hinten. Ey, wie man mir einfach nicht glaubt. Ich verstehe es nicht. Äh. Warum glaubst du mir eigentlich nie? Wir bauen mal hier auch noch eine Bremse mit ein, ne? Ja, und das habe ich nicht schon die ganze Zeit gesagt, ne? So, die Bremse ist noch ein bisschen stärker als die andere davor. Ich glaube, jeder findet es lustig, dass ich nicht die ganze Zeit so... Wie nennen wir die Strecke denn? Weiß ich nicht. Hm. Wie bei mir, die Black Mamba. Irgendwas mit Space, würde ich sagen. Space Race. Space Shuttle. Space Race. So. Ich weiß, sehr einfallsreich, aber egal. Guck mal, hier ist so eine komische Ecke drin. Das ruckelt einfach nur. Ja. Okay, das ist besser. Na gut, dann wollen wir jetzt mal Eingang und so bauen, ne? Dann eröffnen wir mal den Space Race und bauen einen Eingang. Warteschlange. Dann nehmen wir jetzt mal die Zukunftswarteschlange. Ja, ich weiß, dass Besucher Space Race nicht erreichen können. Und wie willst du die jetzt zu dem Weg lassen? Wir gucken, da drunter durch geht er. Ja. Ja, ist hoch genug, ne? Die muss natürlich eine lange Warteschlange haben. Ist ja logisch. Irgendwie fehlt es, dass man die so ganz schnell abreißen kann, ne? Du hast inzwischen schon mehr Wege hier gebaut. Das ist aber jetzt doof. Ja, wo willst du denn auch hin? Ich will den noch einmal so zurückgehen lassen. Ne, brauchst du nicht. Doch, doch. Nö. So jetzt. Na toll, hast ne Ecke rein gemacht. Voll hässlich. Hey, es reicht jetzt. Es reicht nicht. Welcher Gast will denn bitte so eine Warteschlange lang laufen? Unser Gast. Genau. So. Bau doch erstmal den anderen Weg. Du kannst es da anstoßen. Ja, nein. Diesen. Der mittlere Size. Wieso kann man den so nicht bauen? Geh es mal ernst. Weil es halt so ist. Kann man den... Ich finde den auch viel zu fett dafür. Man kann den da hinten gar nicht so anschließen. Man muss also kleines Size machen. Nein, echt? Ja, doch wirklich. Und jetzt muss noch mal die Warteschlange verbessert werden. Und was kommt jetzt alles an der Achterbahn ran? Wir müssen erstmal hier... Wir müssen erstmal hier... Das passt aber in der anderen Mitte. In der anderen Mitte? Da, wo du grad warst. Nicht da. Ja da irgendwo so. Da hat's grad gepasst. Boah. Boah, guck mal. Man könnte sogar denn schon da eine Achterbahn durchbauen, ne? Man könnte da durch das Loch die Achterbahn führen. Krass, krass. So oft du es auch so suchst, das geht nicht. Ich hab da eine Stelle, wo die in der Höhe ist, ne? Über längere Zeit. Mann, sonst wär das voll cool hier so... einfach so zack. Das wär voll geil. Na egal, das können wir irgendwo anders mal bauen. Willst'n kleinen Baum haben? Na gut, ähm... Das müsste man machen, wenn man die Achterbahn gut baut. Ja. Aber das wussten wir davon noch nicht, dass da so'n geiles Ding gibt dafür. So. Ja. So, jetzt soll ich hier mal ein bisschen noch Vegetation hier dazwischen bringen. Das mach ich immer viel besser. Ja, ich weiß. Aber ich will das nur so'n bisschen... ...n bisschen schöner machen. So. Das hört sich immer cool an, wenn die Achterbahn vorbeikommt. Finde ich. Das ist voll cool. Ich mag das. So. Da wird ja voll schön da hingebaut. Vielleicht hier hinten noch ein paar hin. So. Da wird ja eine Basel da. So. Was schreien die denn so? Äh, ich glaub' bei diesem anderen, was so über Kopf geht, was wir dahinter uns haben, sozusagen. Tja, aber du hast cooles Gebäude, ne? Ja, das ist sie. Wahrscheinlich glaube ich sie. Ja. So. So. Wenn wir hier so'n Teil hinbauen. So. Vielleicht tu'n noch ein bisschen. Ich versuch das grad so'n bisschen auf die Schnelle noch schön zu machen. Merkt man bestimmt gar nicht, dass ich das versuch'n wolle. Nein. Nee. Der ist zu fett. Sorry, Leute, aber der ist zu fett. Was der hier ist? Nö. Ist alles zu fett. So. Wunderschön hier. Wunderschön. Ein bisschen Space und so, ne? Können wir nachträglich eigentlich die Station noch ändern? Ich glaub' nicht, ne? Hm. Sicherheit ist extrem. Das ist gut. Gut, aber das ist nicht echt daran. Hier. Oh, Sicherheit ist trotzdem extrem. Betrieb und Wartung. Warten auf Kapazität voll. Das ist alles egal. Wartet seit noch einer Minute. Fährt er los? Sicher, dass du warten willst, bis es voll ist? Ne, der fährt automatisch nach einer Minute sonst los. So, wir machen mal... Ich wollte jetzt eigentlich weniger als 30 Minuten machen, aber okay. So, pro Stunde 108. Zufriedenheit 100%. Das ist schön. Musik abspielen. Sci-Fi. Die Musik hören sie eh nur, wenn sie in der Station sind. Ist das krass. Eigentlich wollte ich ja noch kein Themengebiet machen, aber irgendwie... Hm. Ist erstaunlich preiswert. Ja, kostet ja auch nichts. Wenn ich Space Race nur ansehe, wird mir schon schlecht. Space Race ist mir zu intensiv. Ich möchte etwas Sanfteres. Da gibt's ja genug andere Sachen. Das ist cool. Das sind zwar jetzt nicht so viele Leute da drin, aber ist cool. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war mit der heutigen Folge. Die ist ja jetzt recht lang geworden. Die kommt jetzt wahrscheinlich auch erst... Ja, irgendwann jetzt so um... Wahrscheinlich kurz vor 0 Uhr oder sowas. Um halb zwölf oder so online. Aber ist ja egal. Ihr könnt ihr ja sonst morgen sehen. Und... Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch... Für die Leute, die es jetzt heute Abend noch sehen, noch eine wunderschöne gute Nacht. Und... Für die anderen noch einen wunderschönen neuen Tag. Also bis dahin, Leute. Haut da rein. Und ciao.